und einen schönen guten tag zu deinem video heute möchte ich mal wieder so ein selbst test machen ich bin mal wieder im garten kein gas kein herd nix hunger auf pizza dazu lege ich mir die ganze zeit funktioniert es wenn ich ein altes pizzablasch nehme pizza rauf natürlich dann den deckel drüber einfach mal über feuer brutzeln lasse fest jeder gedanke dass der käse schön knusprig wird oder gewisse geier ich bin einfach mal gespannt oder ich werde brennt so dermaßen dass ich die wegschmeiße ich hoffe ich zwar nicht weil ich hunger habe ich werde auch ein bisschen wurst drauf machen ein bisschen käse ich bin erstmal gespannt funktioniert das kann man über lagerfeier mit altem material einfach mal pizza backen ich glaube schon dass es funktioniert nur meine frage ist auch wird dieser pizza gleich das aushalten eigentlich ist er nur für backofen geeignet das war ich die ganze zeit oder geht es kaputt oder 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 naja ich werde schon die pizza raufschmeißen ein bisschen mozzarella käse oben drüber dann sind wir uns gleich wieder zum ersten funktionstest bis dahin ofen steht wie man sieht pizza steht immer der glöbermann jetzt wartet man ein paar Minuten ab keine ahnung wie lange das ist mein erster versuch daher ich schau mal was passiert ich hoffe nur gutes ja guck mal ich kann sagen besser geduld so muss kein spiel auf alle fälle mit aufschluss wasser nur zusammen daher bis gleich ich bin ziemlich flüssig ich bin ziemlich flüssig ich bin ziemlich flüssig Jetzt bin ich mal gespannt hier. Jetzt haben wir das Versuch. Jetzt wird es ein bisschen angebrannt. Aber egal. Immer nicht recht aufgepasst, weil die Flammen so hoch waren. Mal kurz im Ganzen. Wunderbar. Ich muss ein bisschen Gefühl rauskriegen. Ich muss sagen, der Test bestanden. Das ist beim nächsten Mal wesentlich, dass man es einfetten muss. Das ist hier alles. Das ist etwas angenehm. Das ist gar nicht. Ja. Ja. Perfekt. Und schön knusprig. Oben auch so heiß. Wunderbar funktioniert. Mal probieren. Ich sollte frisch was drunterlegen. Alupapier oder sowas. Und gucken. Naja. Test bestanden. Ich freue mich. Ich muss ein bisschen Wasser kochen hier. Für meinen Kaffee. Ich freue mich das Essen. Ja. Ich glaube ich. Ich hätte das Essen. Vielen Dank fürs Zuschalten, was ihr heute gemacht habt. Ich kann gerne ein Abo da lassen. Ich bin jetzt raus. Hab Hunger. Bis dahin. Naik. Ciao. Ciao. Bis demnächst.